Tachchen! Und weiter im Takt! Takt! Ja! Du solltest uns im Takt zu bringen! Grimshot! Egal, das sollte man eigentlich gar nicht sehen. Ach, was soll's, jetzt wisst ihr mit wem und so weiter. Jaaa! Ist ja eh nicht interessant! Was, wie? Habt ihr vorhin das jetzt noch aufgehabt? Oh nein! So grauenvoll! Die Insel, ja. Die Insel, mhm. So, dann fang ich diesmal mit der G6 an. Mal gucken. Mit der werde ich nicht so viel reißen können, weil... Aha, die G6, ja, ja. Was? Die G10 besitzt dich auch schon. Jaaa, ja, ja. Aber ich fliege sie nicht. Ja. Naja, ich freu mich schon, wenn ich irgendwann die Kurfürst habe. Ah, ja. Kurfürst war nochmal was? Die K4? Die Messerschmitt 109 K4. Ah, okay. K4 ist das, glaub ich, der Kur... Das hat die K4 an, glaub ich, im Spiel, ja. Links oder rechts? Rechts. Rechts. Das ist links. Ja, du sagst doch, rechts. Ich gehe immer nach dem ersten Buchstaben. Dann halt rechts. Ne, das klang, als hättest du rechts gesagt gerade, aber okay. Nur rechts sind jetzt alle Gegner und links nicht so sehr, also... Ach, dann ziehen wir wieder nach links, ist mir auch scheißegal. Wir könnten auch geradeaus ziehen, einfach. Da ist zum Beispiel nur du. Ja, viel Spaß, dahinter der zu diven, das muss nicht. Ist auch nicht. Vor dir ist ne Jagd9, die ist vielleicht sehr interessant. Äh, nö, die ist schräg unter mir. Die zieht aber zu dir hoch. Nein, das ist die... Das ist die... ...P63. Die ihr hochzieht. Die P63 zieht das zu mir. Communication Skills. Warum? Mein Kill. Auch gut. Ich hab die Kritz bekommen, das reicht mir. Und sie brennt noch, deswegen kriegt man mehr Kritz. Ich bin tot. Ja, ich warte mal hier. Sollst du weniger warten, als mir die Mustang kaputt machen? Ah. Ah, ist schon. So rum, alle. Meine Focke rausholen, hab ich schon ewig nicht mehr gemacht. Boah, weg. Hm, der Eliminator hat jetzt uns beide runtergebracht. Mhm. Mike Roshofft. Mhm. Sehr nett. 4V1, kriegt doch super. 4V was? 4 gegen 1. Achso, V, okay. Oh, V, V, V. Wie. Ja, ich hab's gerade geschafft, mich in der Focke in Turnfight zu gehen. Das ist... Nice. Das waren's doch nicht geplant, aber dann hatte ich dann plötzlich... Hallo? Ja. Och, komm schon. Nee, irgendjemand geht auf den Eliminator. Der sollte noch brennen, das dürfte meiner sein. Jo. Der brennt noch. Ich höre noch die Schadensmeldung. Ja. Kill. So? Ja. Ich auch gerade. Gehst du auf die, dann würde ich dir den vom Arschen wollen. Weil ich versuch, aber ich kann's nicht geteuern. Naja. So größter Fehler der Welt wahrscheinlich. Me410A1. Ist das nicht unbedingt ein Fehler, wenn du's den wenigstens schaffst, dass du wirklich auch um den Summen spielst? Naja, eben. Weil das ist ja auch damit ja recht schwierig. Mich fällt übrigens, dass die ganzen Statusmeldungen und sowas, die Klappen ein- und ausgefahren und sowas, richtig winzig mittlerweile sind. Muss ich nochmal umstellen. Die sind richtig klein. Nicht kleiner als vorher. Doch, die werden mir richtig winzig mitten unten am Bildschirmrand angezeigt. Okay. Mann, die sind nicht mehr mittig. Das ist wahr. Also wirklich nicht mal halb so groß, ey. Ach, der ist so weit oben, ey. Ganz egal. Wir sind alle hinter mir. Sag mir zumindest meinen Heckschütze. Und ich bin hinter dir. Ja, das ist schön. Hab ich keinen Watt. Perfekt. Perkett. Ja, klar. Ja, klar. Ja, nichts vernünftig vor das Visier. Wirklich. Ja, weil du nicht Boom und Zoomst. Ja, kann man ja nicht. Du spielst grad Turnfight. Zusammen mit sechs anderen Gegnern hier. Freunden. Warum kannst du nicht Boom und Zoom spielen? Das geht auf der Map immer nicht. Doch, das geht auf der Map immer sehr gut. Wir können einfach wegdrehen. Ja, aber normalerweise bemerken die einen nicht, sobald du von oben kommst. Ja. Ich spüre selten Boom und Zoom. Bin ungewirkt. Okay, sorry. Ja. Ja. Da zieh ich nicht rein, das ist mir zu doof. Jo. Da gewinn ich lieber noch ein bisschen was an der Höhe. Auf Eliminator hinter dir. Ich weiß. Deswegen zieh ich ja gerade so wieder in die Masse rein. Ja. But you kindly auch halt. Woher mal du grad hinfliegst. Ich falle durch die Flanke. Ja, wie du meinst. Ja, keine Ahnung. Ist vielleicht auch nicht direkt Boom und Zoom, aber... Ja. Nebenbei. Was verstehst du genau unter Boom und Zoom? Nur jetzt nochmal kurz sicher zu gehen. Hier hochziehen, zielen, runterziehen, schießen. Gut. Und dann nicht hinterher drehen, sondern wieder hochziehen. Ja. Gut. Wie gesagt, das ist noch irgendwie ziemlich seltsam. Besser nicht machen. Ja. Ich verfolge grad diesen einen Kerl, der sich denkt, dass... dass er mit irgendeinem tollen Manöver an mir vorbeikommt. Ach gut. Ja, nicht ganz. Crit. Der Bremen. Ich bin überraschend nicht schlecht. Ich bin überraschend alleine hier. Ich bin überraschend auf dem Weg. Und das ist eine Staffel. Ich bin überraschend auf dem Weg. Ich bin überraschend auf dem Weg. Ja. Doch. Ich bin überraschend auf dem Weg. Ich bin jetzt so viel kürzer gewohnt, schon wieder nur 8 Minuten. An was haben wir denn in diesem Fall Oral eigentlich? Ich hab gar nicht mitgekriegt, was uns so kaputt gemacht hat. Ich glaub sämtliche Schiffe. So ziemlich. Hm. Kann sein. Tja. Naja. Hat trotzdem gut Punkte gegeben. Ja. Relativ. Für mich. Für dich. Lens flare. Tja. Dann auf ein neues abgestattelt werden. Wärter mal. Irgendwann. Vielleicht mit Umständen. In ferner Zukunft. Yay. zuhör. Wir sind gerade bei uns? Wir sind einen Verstärk. Aus. Fantastisch. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Vielen Dank.